Ich will ein Kind. Mama, Mama, ich möchte die Welt verändern. Ich will, dass das mein Kind eines Tages zu mir sagen wird. Denn obwohl ich noch sehr jung bin, weiß ich heute ganz genau, dass ich einmal ein oder auch mehrere Kinder haben möchte. Ich erinnere mich nämlich immer zurück auf meine Kindheit, als ich noch ein Kleinkind war und so neugierig war und vieles, vieles meine Mama fragte. Ich wollte so vieles über die Welt wissen und wie man Dinge verändern kann oder wollte Dinge einfach nur verstehen. Und auch heute sehe ich immer öfter in den Nachrichten, wie junge Leute und teilweise auch Kinder die Welt verändern möchten und sich für Sachen einsetzen. Beispielsweise Klima, Politik, Rechte und so weiter. Mich persönlich fasziniert es immer sehr, dass sich die heutige Jugend immer mehr und mehr einsetzt und immer mehr mitdrehen darf. Denn ich möchte selbst, wenn ich einmal junge Erwachsene bin oder auch jetzt schon mitdrehen können. Und wie es so schön heißt, sind Kinder die Zukunft. Kinder sind neugierig und wollen so vieles wissen. Und ich selbst war, wie gesagt, auch immer neugierig und wollte so vieles meiner Eltern fragen und habe auch so viele Antworten bekommen. Deshalb möchte ich mich jetzt und auch in den folgenden Jahren so viel wie möglich weiterbilden und über die Welt erfahren und über diese Themen, die mich interessieren. Und deshalb auch die Matura machen. Denn wie meine Mama möchte ich später meinen Kindern auch so viel erzählen können und so viele Informationen über die Welt geben können. Und ich hoffe, dass die Jugend in den späteren Jahren, in der nächsten Generation dann genauso ist wie unsere, die die Welt verändern möchten und mitsprechen können. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.